Was? Was hat er eben gesagt? Blöder Arsch? Gebt ja gleich blöder Arsch. Ich reiß euch gleich die Ärsche auf. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber... Das weiß ich schon. So, erstmal dich töten. Vielleicht mit dem Scharfschützen... Uh. Bisschen Effekt hat's ja doch. Problem ist, ich treffe die noch nicht so gut. Mit dem Scharfschützengewehr und Granaten habe ich auch keine mehr. Und der Typ da ist komplett nutzlos. Hm, ich sollte das Scharfschützengewehr nehmen. Das ist immer noch überpowered. Und ich habe keine Munition mehr dafür. Gut, dass ich mir das Ding aufgehoben habe. Wo ist denn der zweite? Hallo? Wo ist der? Hier, hier war es mal eine Splittergranate für dich. Der kann mich von da unten nicht treffen, oder? Wenn er schlägt. Ich will es lieber nicht ausprobieren, glaube ich. Ich treffe ihn von hier, aber nicht mit dem Scharfschützengewehr. Komm, mach mal was. Pff, Kinderspiel. Piloten sind... Was? Wieso? Wer hat das entschieden? Hallo? Darf ich auch mal mitreden? Ich will die nicht holen. Ich mag Piloten nicht. Ah, ne, die Piloten waren eh schon tot. Haben sie sich anders verdient. Ich glaube, das ist ein Alien-Scharfschützengewehr. Ne, das ist so ein Blasterding jetzt. So, wie sieht es denn aus mit Granaten? Ich wollte aber die guten. Aber das ist ein Grund, warum wir den Waffen nicht einfach mal nachbauen. Ich meine, der Krieg geht auch schon eine Weile, oder? Bin ich da falsch informiert? Hier gibt es keine Granaten mehr. Großartig. So, die Musik spielt immer noch. Hört gleich auf, bin ich mir sicher. Also, ich habe 20 Videos, die alle... Au. Vor allem, mit wem redet ihr da? Es gibt keine Marines mehr. Es gibt nur noch dich. Mal gucken, ob da noch wo einer ist. Sieht nicht so aus. Gut. Vorrücken. 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 Hey, Verstärkung. Überraschend. Ich verstehe sie kaum, aber okay, passt schon. Perfekte Synchronisation, verstehe sie kaum. Bei was? Und wieso geht der jetzt weg? Egal, ich tausche ein gegen drei, finde ich ein fairer Deal. Nicht, dass das große... Nicht, dass das einen großen Unterschied machen würde. Scharfschützen. Ich könnte mal das da nehmen. Mal gucken, ob das was taugt. Es hat halt nur begrenzt... Oh. Hm, doch. Ja, kann man benutzen. Los jetzt, das ist unsere Chance. Es wird halt nur heiß. Heiße Angelegenheit. Steckt ihr da irgendwie in der Decke oder so? Sieht fast so aus. Komisch, sag du. Nee, der ist schon tot, glaube ich. Aber hey, ich spare Munition mit dem guten Gewehr. Ich hab gleich keine Munition mehr mit dem Ding. Das tut Schweine schwer. Ja, dann hörst du halt auch mit Schweinen zu treiben. Äh, okay, der war ganz schlecht. War doch eben noch irgendwo einer, oder? Sieht nicht so aus. Gut, ähm... Nee, erst eh, dann Kuh. Und dann rücken wir mal wieder zwei Meter vor. Und dann warten wir wieder, bis... Jetzt hier noch so ein Gewehr. Oh, Mann. Ja. Es ist keine gute Idee, da stehen zu bleiben. So gar nicht. Aber schön wie die Granaten, dass es fein säuberlich aufgereiht dastehen. Schad, was. Also da liegen. Wenn wir mal das wieder zurückspult, dann seht ihr, was ich meine. Steht doch in der Luft, oder? Das bildet mir doch nicht nur ein. Scheiße, jetzt schieße ich natürlich voll vorbei. Was? Der wurde einwandfrei getroffen. Hallo? Ich hasse doch, dass wenn plötzlich Gebäude, oder sowas, in meine Schusslinie laufen. Hör mal auf hier, mit Scharfschützengewehren. Das ist mein Ding. Was? Was will der? Manchmal habe ich das Gefühl, mit dem Spiel stimmt irgendwas nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Leute sind komplett inkompetent und völlig nutzlos. Dann denke ich mir, nee, es bildet dir nur einen. Dann sind sie alle tot. Ich denke mir, nee, vielleicht ist das doch so. Ich habe ihn gesehen. Aber zum Deckung gehen, hat es nicht mehr gereicht. Aber ich habe ausnahmsweise sogar mal Musik. Was? Was habe ich jetzt schon wieder? Er kann ich doch. Nein, ich will die andere Waffe her dir. Danke. Schieß doch auch mal jemanden tot. Was muss ich hier alles alleine machen? Du musst hier alles alleine machen. Noch mehr. Hat er nicht noch einen Scharfschütze eben irgendwo? Ja, wusste ich es doch. So, wo war denn der Nächste? Der war doch noch irgendwo einer. Irgendwo hier rechts. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ich weiß es noch. Kontrollpunkt, hey. Uh-oh. Ich muss mal kurz hier so. Jetzt habe ich schon wieder alle verloren. Natürlich. Kann man die überhaupt Leben da durchbringen? Also auf der Schwierigkeitsstufe. Alter, vier Schuss, willst du mich verarschen? So, töten wir erstmal den einen. Dann haben wir mehr Zeit für den anderen. Warum will ich denn immer die... Ich drücke immer falsch um die Tasten. Habe ich den jetzt getötet oder war das ein anderer? Was ist denn der Typ jetzt? Hallo Typ, wo bist du? Na, bist du ja. Komm mal raus aus deinem Loch. Ah, wenn ich den Kopf schieße, brauche ich nur zwei. Das war schon wieder ein... Das Spiel weiß nicht, wie man Kontrollpunkt es richtig sitzt. Kriegt es aber nicht hin. Wozu hast du denn... Warum hast du deinen Helm abgesetzt? Das macht man nicht im Gefecht. Setz deinen Helm wieder auf. Voll die Leichenstraße. Gibt es ja auch mal irgendwie so Plasma-Granaten-technisch irgendwas. Da muss ich lang. Wie der Kusch? Was soll denn der Scheißdreck hier? Ähm, habe ich sie erwischt? Ja, da hinten ist schon wieder so ein Scharfschützen-Tipp. Hm, voll vorbeigesimmelt. Dabei habe ich nicht mal eine Semmel dabei? Öh. Ich nehme vielleicht mal die da mit. Also viel Munition. Gute Wahl. Okay, jetzt setzte mehr. Aber die ist halt saueffektiv gegen die da. Das heißt, saueffektiv. Sie streut halt nicht so, wie die Kleinen. Wo ist der Typ? Da. Wieso kriege ich gerade schon Hitternkontrollpunkt? Kontrollpunkt. Und das habe ich vorbeigeschossen. Und wo kommt das jetzt schon wieder her? 5000. Die Wandtextung ist wirklich wunderschön. Ah, da oben. Super. Kommst du mal aus der Wand raus? Nee. Dann eben mit. Habe ich ihn oder lebt der noch? Obst du tot oder lebst du noch? Bisschen Munition sparen. Ich weiß nicht, will ich die mitnehmen oder die? Pistole will ich definitiv nicht. Liegt nach unten noch drin. Was? Ich... Ich war doch noch nicht mal um die Ecke. Schluss jetzt mit der Scheiße. So, wo geht es denn da noch hin? Uh, da ist Zeug. Guck ich mir doch... Uh, 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 uh. Kann ich nicht zwei mitnehmen? Komm, lass mich zwei Scharfschützengewehre mitnehmen. Wieso kannst du nicht mehr mit GoldenEye sein? Da geht das. Und wieso kann hier nicht mehr Munition rumliegen? Und wieso komme ich da nicht hoch? Komme ich da hoch? Also jetzt... Nee, jetzt bald kann ich nicht springen. Das ist keine... Ja, doch. Die haut ganz gut rein. Sie ist immer noch überpowered. Und gegen die kleinen nehmen wir dann einfach das hier. Gute Kombination. Das darf mir nur in der Munition nie ausgehen. Dann ist alles gut. Also für... Was tut er da? Ich glaube, der hängt irgendwie in der Wand fest. Das soll er, glaube ich, nicht tun. Okay, er hing da irgendwie, glaube ich, drin. Fest. Ich geh nochmal. Was zur Hölle? Was tun die hier? Ich nehme nochmal Pistole. Was soll ich mit der Pistole? Warum wollen wir die Pistole... Ach nee, das ist eine Magnum. Naja. Heide Durchsatzkraft von Wasser. Das juckt ihn gar nicht. Er bleibt einfach weiter... Nee, doch, er geht. Doch mal weg. Funktioniert doch gut. Ich brauche nur noch diese beiden Waffen bis zum Ende des Spiels. Und ich habe einen Kontrollpunkt erledigt. Irgendwie sind das mehr als in der letzten Mission. Deutlich mehr. Wie war das? Die erste ist die schwerste. Ich glaube es langsam selbst. Okay, hier sind keine Füchse erlaubt. Und da ist es nicht erlaubt, irgendwas auf den Boden zu werfen. Ich weiß zwar nicht genau, was mich auf den Boden werfen darf, aber... Ich hoffe einfach mal nicht, dass es außerirdische sind, sonst habe ich... Granaten. Das könnten Granaten sein. Es ist nicht erlaubt, Granaten hier fallen zu lassen. Gut, hatte ich jetzt eh nicht vor, aber... Gut zu wissen, dass man hier keine Granaten liegen lassen darf, so. So, jetzt habe ich das gesamte Scharfschützengewehr gefressen. Auch schön. Das ist schwer, vielleicht warm. Ist das hier noch so? Irgendwas, das ganz viel auf mich schießen tut. Komm ich da raus? Ja, aber ich sehe von hier aus auch nicht auf das, was auf mich geschossen hat. Scheiße. Ich sehe von hier aus wieder das... Okay, hat sie erledigt. Jetzt noch den Scharfschützen. Und alles wird gut. Es sei denn, gleich kommt der nächste Scharfschütze und schießt mich tot. Es ist nur nach der Frage Zeit, bis einer kommt. Ich mag diese Map nicht. Och nee. Ich mag... Dich mag ich auch nicht. Ich gehe mal ein Stück auf Abstand. Kommst du da raus, oder... Ich häng an der Treppe. Hier liegt schon voll da... Kann ich nicht mal den Aufzug rufen, mal klingeln? Ist jemand zu Hause? Ich bräuchte eine Packung Mehl. Ich bin neu hier. Ist das scheiß Mist, wie jetzt hin? Scharfschützengewehr im Nahkampf ist nicht so das. Scheiße. Ich habe einen Schuss verschwendet. Das war nicht meine Intention. Ich hasse Stadtkämpfe. Hey, Granaten. Endlich. Also, richtige Granaten. Gut, da liegen wahrscheinlich noch irgendwo zwei Tonnen Granaden rum. Ich komme nicht hin. Gerade haben sich zwei Tonnen verabschiedet. Der Kontrollpunkt hat noch gezählt, oder? Ja, hat's. Sehr schön. So, weiterhin keine Füchse hier mitnehmen und keine Granaten fallen lassen. Weil zur Widerhandlung werdet ihr erschossen. Deswegen wurden die alle hier erschossen. So, erstmal hier noch zwei Tonnen. Wieso kann ich die Munition für die anderen Waffen nicht mitnehmen? So, hier lag doch irgendwas vorhin, aber es ist schon verschwunden. So, ist alles durchgeladen. Gut. Gucken wir mal, ob hier noch so ist. Weißt du mal. Wir sind ja immer noch Gegner. Nach dem Checkpoint sollte die Gegend auch sicher sein und nicht noch mehr Gegner rumrennen. So. Ich glaube, ich laufe im Kreis, ne? Ja. Benzin-Kanister, hey. Hätte ich ein Auto, wäre das? So, wo ist jetzt der Typ, der gesagt hat, ich bin weg? S. S. Ich bin ein S. Bin ich wohl einer von diesen Genderspinnen, die 200.000 Geschlechter erfinden? Irgendwo ist noch ein Großer, aber ich habe keine Ahnung wo. Ach, hinter... Wie kommt der hinter mir, was? Wie kam der da hin? Na, fuck. Warum? Die Marines sind eh nutzlos. Die ganze Vision könnte ich mir sparen. Weil die, wo ich rette, sind komplett nutzlos. Und wie kam der eben hinter mich? Und wo kam der überhaupt? Ich weiß nicht. So. Yeah. Zwei mit drei Schuss. So, tippen wir erstmal den, dann sind die Kleinen auch ein bisschen in Panik. Das ist fast schon eine gute KI. Aber nur fast. Dann hatte ich mal wieder alles durch. Na, für die Kleinen wollen wir das Scharfschutz gehen, wenn wir nicht verballern. Verballern. Schon wieder ein Kontrollpunkt erledigt. Ich gehe vielleicht erst nochmal ein Stück zurück, bevor ich den Typen erschieße. Das war gar nicht knapp. Nee, gar nicht. Nee, nee. Das war... Fast schon ein Skill. Das sind wir da mal rein. Das sind wir ins Haus. Da draußen liegen Granaten. Jetzt kommen sie natürlich raus. Jetzt, wo ich die Waffe wechseln will, um... So. Darf ich ja bald mal weg? Mir gefällt es dir nicht so wirklich. Das war jetzt schon überhaupt gar kein Skill mehr. Dann wollten wir hier hin. Ich bin noch hier. Ich laufe in die völlig falsche Richtung. Weil ich glaube, ich habe den Typen noch gekillt. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Für die schönen Granaten. Kontrollpunkt erledigt. Hey. Ich habe ihn erwischt. Achso, der ist schon tot, der... Ach, Scharfschützen. Ich habe doch gerade vergessen, dass die auch noch existieren. Moment, wo bin ich da hingelaufen? Und wo kam der Schuss? Von da. Ich habe doch gerade gedrückt. Nein, ich habe Granaten fallen gelassen. Aber das wird eine teure Strafe. Penner. So. Was liegt denn hier noch so rum? Lagt da nicht eben noch Munition rum? Ich muss noch weiter in dieser scheiß Stadt rumlaufen. Och, wirklich. War hier nicht eben? Nee. Nee. War nicht. Ist nicht. Gibt es nicht. Will ich nicht. So. Wo muss ich denn lang? Fick, du Scheiße. Warum hält er so viel aus? Brauche ich jetzt keine Scharfschützen mehr. Äh, Scharfschützen. Was ist das? Was ist das?